Was ist Zuhause? Ich bin in meinem Leben sehr, sehr oft umgezogen, in vielen Städten auch, aber selbst in einer Stadt zigmal. Das Haus kam irgendwie zu uns angeflogen. Wir haben es nicht in Auftrag gegeben und wir haben auch gar nicht damit gerechnet, dass wir das kaufen wollen. Aber dann kam es und wir sind jetzt seit 30 Jahren hier in diesem Haus und sind noch da. Das ist, glaube ich, für mich das erste Mal, dass so der Gedanke eines Heimatgefühls entstanden ist. Der Kiengau ist meine Heimat und ich freue mich, dass ich darin bleibe, auch wenn wir aus diesem Haus vielleicht irgendwann mal rausgehen werden. Wir haben uns für einen Teilverkauf entschlossen, weil wir noch viele unerfüllte Träume und Wünsche hatten und wir uns dafür eine bessere Kapitaldecke schaffen wollten. Natürlich gab es auch andere Modelle der Immobilienverrentung, aber nach Überprüfung der Alternativen haben wir uns und wenn ich sage uns, dann war das wirklich meine ganze Familie einstimmig für einen Teilverkauf bei Engel & Völkers Liquid Home entschieden. Und die ersten Telefonkontakte waren so erfreulich und danach dann auch die persönliche Betreuung, dass die Entscheidung leicht fiel. Ja, von Anfang an hatte ich meinen persönlichen Ansprechpartner, der geduldig alle meine Fragen ausführlich und vor allem für mich verständlich beantwortet hat. Für alle Entscheidungen konnten wir uns Zeit lassen. Es gab keinerlei Druck. Mein persönlicher Ansprechpartner war immer für mich erreichbar und hat mich über alles informiert. Wenn ich darüber nachdenke, ob sich das Gefühl für zu Hause mit dem Teilverkauf dieses Hauses geändert hat, da kann ich ganz eindeutig sagen, nein, denn es hat sich ja nichts geändert. Wir sind hier, wir sind mehr oder weniger alleine verantwortlich. Wir können mit dem Haus machen, was wir wollen. Wir können es auch vermieten oder wir können ausziehen oder wir können alles machen. Nein, es ist eigentlich so geblieben, wie es war. Und das hat auch die Sache für uns auch jetzt im Nachhinein so positiv ausfallen lassen. Und nachdem ich jetzt erfahren habe, dass ich der erste Kunde bei Engel & Völkers Liquid Home war, kann ich nur ein großes Kompliment nach Hamburg schicken.